A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzallnahu fi leilatil qadr. Wahrlich, wir haben ihn, den Koran, herabgesandt in der Nacht von Al-Qadr. Und was wird dich wissen, was die Nacht von Al-Qadr ist? Die Nacht von Al-Qadr ist besser als tausend Monate. In ihr steigen die Engel und Gabriel herab, mit der Erlaubnis ihres Herrn zu jeglichem Geheiß. Frieden ist sie bis zum Anbruch des Frühlichts. Bildungsgericht Vielen Dank.